herzlich willkommen zu einem neuen video ich habe ja neulich mit euch über die kleineren sets geredet also 10 bis maximal 15 euro und was da so die favoriten sind die besten sets die man sich so aktuell kaufen kann und das möchte ich natürlich auch mal machen über sets die so in dieser preisklasse link was so die hauptgruppe würde ich mal sagen oder haupt die gruppe von lego ist so 20 bis 50 euro in dem bereich und das mir tatsächlich gar nicht mal so einfach gefallen die besten sets rauszusuchen weil vieles davon meiner meinung nach jedenfalls nicht so wirklich gut ist man zahlt relativ viel geld man bekommt nicht so wirklich viel und ich habe es aber trotzdem geschafft zehn gute sets zusammen zu suchen die meisten sind erstaunlicherweise eher im bereich 20 bis 30 euro als 50 also an der oberen grenze ich kann wenn ihr das möchtet auch noch mal ein flop video machen zu den aktuell schlechtesten set sage ich mal die man bei lego oder schwächsten sets die man aktuell kaufen kann das wäre dann aber glaube ich eher so ein thema für alles hat inkludiert also da würde ich jetzt nicht die schlechtesten 10 euro 20 euro oder sowas jetzt machen könnt ihr mir gerne die kommentare schreiben und die liste ist natürlich hauptsächlich meine eigene meinung also es gibt ja keine forse umfragen oder sonst was die nach nachweislich sagen dass das und das das schlechteste set oder das beste set ist immer ein bisschen meine meinung mit dabei nicht vergessen ihr könnt mir natürlich eure meinung auf jeden fall auch gerne in die kommentare schreiben und dann würde ich sagen legen wir los und wir beginnen tatsächlich mit einem set was viele wahrscheinlich gar nicht so offen zettel haben oder vielleicht uninteressant finden das ist das malz moralis und morbi ist 24 euro 90 kostet aktuell im lego shop natürlich ohne rabatte etc ich gehe jetzt hier von der uvp aus aber die meistens jetzt gibt es ja auch mit rabatten und bei dem set ist tatsächlich ich finde das auto von einer farbgebung und sowas gar nicht mal so schlecht aber der hauptpunkt sind natürlich die beiden minifiguren vor allen dingen michael morbius das erste mal dass man diese figur überhaupt oder diesen charakter überhaupt bei lego bekommt und dann noch der coole malz moralis dieser schwarze spiderman anzug ist für mich tatsächlich ziemlich cool ich mag ja auch den aus spiderman 3 diesen venomisierten spiderman anzug sehr gerne deswegen generell die farbgebung des gesamten sets finde ich sehr gut und für fans ist das denke ich man muss aber auch so kann man mit dem teilen und mit den figuren ganz gut was anfangen auf platz neun haben wir etwas etwas bis dato noch gar nicht erschienen ist und das ist quasi dass es so trooper battle pack das wird ein bisschen mehr kosten als die normalen bilder packs also früher haben battle packs natürlich 15 euro kostet dann 16 und 17 euro etc das kostet 21 euro 99 warum auch immer es war glaube ich erst gepreist für 27 euro und das ist natürlich für battle pack eine ganz schöne katastrophe aber die trooper sind halt cool weil ich meine die sind nur damals in dem es sogar in diesem tank mit drin gewesen und auch nur einer und der hat glaube ich 40 gekostet so bekommt man von diesen troopern auf jeden fall mal einige für 20 euro in dem sinne mit rabatten natürlich dann im markt auch noch erhältlich aber an sich finde ich cool battle packs werden wir hier auf der liste auf jeden fall noch mehrere sehen ist es schön dass tatsächlich mal irgendwie so eine andere legion irgendwie kommt es gibt ja auch noch ich glaube es gibt rote clone trooper es gibt auch noch welche mit grüner farbe oder sowas da können mir die experten von euch gerne in die kommentare schreiben was das dann für eine legion ist oder ob das irgendwelche spezialisten sind aber generell ist es natürlich nie verkehrt verschiedene battle packs da irgendwie in dem bereich zu bekommen denn ist ja bekannt dass star wars bei fans immer noch sehr sehr beliebt ist und wie eben schon erwähnt battle packs sind bei star wars fans natürlich sehr beliebt und generell ich persönlich würde es natürlich auch super finden wenn es diese minifiguren packs wieder gehen würde es gab eine zeitlang mal diese ich glaube da waren zwölf oder 15 minifiguren drin für 40 euro ja bei city ist jetzt nicht der beste deal aber generell dass man einfach mal einen haufen minifiguren kriegt gerade um seine armeen auszubauen ist das natürlich eine super sache die 501 ich habe wie gesagt nicht so viel ahnung von star wars dass ich da irgendwie jetzt prallen kann aber natürlich mag ich blau sehr gerne blau ist eine meiner lieblingsfarben vielleicht sogar meine lieblingsfarbe und deswegen sehen die für mich natürlich auch extrem cool aus ich finde tatsächlich auch die von maize windu in diesem tank die klone ganz cool aber für 25 euro finde ich den schon relativ happig auch wenn halt coole minifiguren da drin sind deswegen wird der in der liste auch nicht auftauchen da ich mich aber nicht entscheiden konnte habe ich hier auf diesen platz so ein bisschen gemogelt und auch noch das snow trooper battle pack reingepackt weil auch hier ist es im prinzip das gleiche ob man jetzt irgendwie eine klonarmee baut oder ob man irgendwas von horst nachspielen möchte aus der original trilogie einfach 4 snow trooper ist eine super sache beziehungsweise 1 go trooper ist dabei aber im prinzip es sind snow trooper die man natürlich wenn man zu viel geld hat auch in den großen 850 900 euro 80 80 reinpacken kann aber an sich ist das eine schöne sache gerade wenn man irgendwie zurückdenkt was es bei piraten und rittern und sowas früher auch an battle packs im prinzip gab oder figuren packs ist es schön dass zumindest star wars das irgendwie auch noch ein bisschen weiter bekommt ein weiteres set das wahrscheinlich niemand so offen auf der liste hat ist dieser coole baum den ziel gibt das müsste ein lego exklusiv sein wenn ich jetzt nicht ganz irre jedenfalls nach meinen informationen und ich finde die teile die hier drin ist einfach cool erstmal der baum sieht ganz gut aus mit den mit den kürbissen die da dranhängen mit diesen bedruckten teilen und ist so nett auch einfach was zum hinstellen was auch nicht so teuer ist aber ich glaube auch wenn man irgendwie coole teile braucht oder so ist das tatsächlich ein set was für viele interessant sein könnte oder halt wie es wahrscheinlich geplant ist als geschenk zur deko für irgendwelche freunde freundinnen etc finde ich tatsächlich sehr schön habe ich mich gewundert dass das set gar nicht mal so stark beworben wird und dass das vielleicht auch so ein bisschen untergeht könnt ihr mir gerne mal sagen ob ihr das set überhaupt kanntet ich finde es persönlich sehr schön ich glaube das set brauche ich kann mir großartig vorstellen dass der traktor da habe ich damals sogar ein review zu gemacht war glaube ich eines meiner ersten reviews oder auf jeden fall sehr sehr früh zu meiner kanalzeit und das finde ich ist immer noch ein super set wurde im preis nicht erhöht kostet immer noch 20 euro also 19,99 euro und ich finde den einfach wunderschön natürlich bräuchte man dazu einen passenden riesengroßen bauernhof ich weiß wir haben vier plus bauernhof aber da sieht der bauernhof relativ mickrig aus gegenüber dem trecker wir haben zwei nette standardfiguren im prinzip wir haben kleines häschen dabei und wir haben halt diesen coolen traktor kann ich euch auf jeden fall nur empfehlen ist auf jeden fall stabil und sollte man wenn man irgendwas mit landwirtschaft oder so gerne auch vielleicht selbst mocken will sich vielleicht noch zulegen bevor der vom markt geht das meine ich jetzt auch schon zwei oder drei jahre am markt deswegen da würde ich auf jeden fall dazu schlagen ihr wisst ja vielleicht ich mag lego tiere und ich bin auch ein großer fan von dieser neuen serie die wir jetzt bekommen haben bei city das so ein bisschen vermixt ist mit divers und antarktis und dieses explorer diving boat finde ich persönlich auch relativ cool das 30 euro set natürlich auch da sollte man wahrscheinlich auf rabatte warten mache ich persönlich auch wenn ich mir das dann zulegen möchte aber man muss auch den gegenwert anschauen den man dafür bekommt wir bekommen einfach eine große neue schildkröte wir bekommen coolen rochen mit dabei wir bekommen hammerhai denn wir meine ich jetzt auch nicht so oft in sets bekommen und halt noch ein paar teile und das boot finde ich an sich auch von der farbgebung und von der form her gar nicht mal so schlecht also das ist auch noch eins der sets die ich mir gerne zulegen möchte wie gesagt hat keine eile die sind gerade erst rausgekommen und da kann man noch gut auf rabatte warten aber an sich ihr wisst es was tiere und sowas angeht coole sets mit irgendwelchen neuen tieren oder vielen tieren da kann man eigentlich prinzipiell nie irgendwas falsch machen holt euren kakao raus bei bald 30 grad im schatten es wird weihnachtlich und ja auch wenn das natürlich jetzt zur aktuellen jahreszeit überhaupt gar nicht passt finde ich dennoch dass die beiden sets die hier kommen ja hier habe ich wieder ein bisschen geschummelt die sind großartig das schlitten set das werde ich euch vielleicht irgendwann mal dann zeigen ich machen wir bekommen hier vier rentiere das allein ist schon meiner meinung nach der kaufgrund nummer eins dieses set zu kaufen aber generell finde ich den schlitten und den war das man auch ganz cool also wenn man irgendwie geschenkt für weihnachten in sechs monaten für irgendwen braucht dann kann man da vielleicht auf jeden fall schon zuschlagen und was ich noch ganz cool finde ist dieser adventskranz den es da auch gibt also da sind natürlich sehr viele coole grüne blattteile mit dabei die man auch super verwenden kann das ist ein zwei in eins set das heißt man kann entweder so ein kranz den man quasi an die tür hängt oder ein adventskranz mit vier kerzen einfach daraus bauen finde ich auch eine nette angelegenheit die sind glaube ich wenn ich mich jetzt nicht ganz täuscht immer so ging wenn es richtung weihnachten geht relativ häufig ausverkauft aktuell sind sie noch ganz gut zu bekommen also wer da irgendwie interesse daran hat ob jetzt für die teile oder für schon mal ein weihnachtsgeschenk der sollte da denke ich auch mal ganz gut zuschlagen auf platz drei haben wir ein set das gerade so diese 50 euro quasi mit einkalkuliert hat und das ist diese bildable minifigur von diesem bauarbeiter der glaube ich auch vom lego haus steht und ich finde den einfach großartig sagen wir es ganz kurz weg das ist vielleicht so ein ding von mir aber den würde ich mir auf jeden fall auch gerne irgendwann mal holen und vielleicht irgendwo hinstellen es gab ja diese harry potter figuren die aber ich glaube 130 euro gekostet haben und das wären dann meiner meinung nach 65 euro pro figur und die konnte man halt auch nur ein set zusammen kaufen das heißt man musste die 130 euro zahlen für die 50 euro finde ich die gar nicht schlecht ist gerade als lego fan glaube ich ein schönes ding was man sich hinstellen kann wenn man sehr kreativ ist kann man dann natürlich noch andere figuren draus bauen vielleicht ein adventurer oder so oder irgendeine westernfigur wobei die natürlich nicht die normalen smiley gesichter haben aber das glaube ich eine gute grundlage um irgendwie vielleicht noch viel viel mehr davon zu bauen das treppchen beziehungsweise die silber medaille hat erklommen das fighter plane chase set von indiana jones ihr wisst es ich mag die abenteurer ganz gerne aber indiana jones ist halt auch eine coole lizenz was da sehr sehr nah dran kommt und dieses set habe ich euch ja schon vorgestellt ich finde es einfach sehr gelungen also dieser oldtimer sieht klasse aus das flugzeug ist auch echt cool geworden natürlich das set was es damals gab mit diesen beiden fliegern das ist vielleicht sogar noch ein bisschen cooler aber an sich gerade für 35 euro ist das tatsächlich also bei indiana jones denkt man gleich irgendwie ja einfach mal 20 prozent 30 prozent lizenz aufschlag und dann landet das bei 50 euro oder so hätte auch durchaus sein können es ist wie ich finde eines der besten sets die aktuell erschienen sind und die es natürlich auch aktuell zu kaufen gibt die figuren sind auch klasse wie gesagt dass mit indies hut haarteil kombination das ist glaube ich einfach geschmackssache für mich persönlich passt es nicht so gut also ich hätte da mir eher gewünscht dass der hut wieder einzeln ist und die haare halt dann nicht dabei sind oder dass man die haare einzeln noch dazu packt falls er den hut mal verliert das ist aber jammern auf hohem niveau sir henry jones ist natürlich dabei wie sollte es auch anders sein und wir haben den kampfpiloten dabei es sind drei coole figuren es sind zwei nette bilds man kann damit gut spielen für fans ist es super die irgendwie die filme oder sowas rauf und runter geguckt haben und szenen nachspielen wollen für mich eins der besten sets aktuell und was kann indiana jones stoppen richtig indiana jones und das ist quasi das escape from the lost tom set das ist die grabmal szene ich denke mal die kennen auch die meisten und das ist einfach auch ein super set auch das habe ich euch gezeigt ich finde die teile die drin sind super ich finde die minifiguren auswahl ist genial die anobis statuen die da gebaut sind finde ich auch wirklich sehr gut gelungen für die parteile die eigentlich dafür nur verwendet werden das ist ein rundum gelungenes set es bringt mir den adventurers war komplett irgendwie zurück also da kriegt man auf jeden fall lust irgendwas wieder in diese richtung mal neues zu bekommen oder sich die alten sets die man hat anzugucken die figuren auswahl ist auch super wir marion mit dabei werden in die mit dabei salar und diese mumie die man jetzt entweder hätte komplett weglassen können oder vielleicht noch zwei drei mehr dazu packen können das ist halt geschmackssache auch wieder aber an sich ist ein sehr gelungenes set preis leistungsmäßig glaube ich aktuell mit eines der besten auf jeden fall in dieser preisspanne von 20 bis 50 euro mit abstand meiner meinung das beste set was man aktuell kriegen kann 600 teile für 400 euro 400 das wäre ein guter deal auf jeden fall für 40 euro natürlich ja ich finde super wie gesagt ich habe glaube ich schon alles positive dazu gesagt die sticker sind halt ein bisschen nervig gerade das als print würde noch ein bisschen mehr die hoffnungen natürlich irgendwie nach oben packen dass adventurers wieder irgendwas gibt aber so bin ich wirklich sehr zufrieden damit ich hoffe dass zum neuen film dann auch ein paar coole sets kommen egal ob jetzt dafür gut ist oder nicht das ist halt eine lizenz mit der kann man glaube ich wirklich gut was richtig anfangen und das wegen mal ein verdienter platz eins ich bin sehr gespannt was ihr von der liste haltet welche sets habe ich vergessen habe ich noch irgendwas ausgelassen was ihr unbedingt hier hättet sehen wollen natürlich gibt es noch die slave one oder sowas irgendwelche star wars sets aber die finde ich gar nicht mal so mega interessant tatsächlich für das was man dann dafür bezahlen muss auch wenn zum beispiel die slave one für 50 euro glaube ich auch ein ganz gutes spielset ist aber für meine liste hat leider nicht gereicht wie gesagt alles gerne in die kommentare wenn es noch nicht getan habt gerne den kanal abonnieren und natürlich ein like da lassen und ich hoffe wir sehen und hören uns bald wieder habt noch einen schönen tag und bis bald